Der Shotstick oder der doppelte Shotstick. Der Shotstick dient dazu, zwei nicht gleich starke Enden, das heißt eine dünne und eine dicke Leine, miteinander zu verbinden. Um das zu tun, macht ihr ein kleines Auge an der dicken Leine. Haltet das so zusammen. Die dünne Leine kommt von unten durch das Auge und wird einmal hier oben drüber geführt, umgeschlagen und dann führt ihr sie hier durch. Das ist der einfache Shotstick und verbindet zwei Leinen miteinander. Der doppelte Shotstick beginnt genauso. Ihr macht eine Schlaufe, führt die dünne Leine durch das Auge, nehmt euch ein bisschen mehr mit, schlägt die einmal um, wieder unten durch, schlägt die noch einmal um und parallel dazu, also rechts davon, schiebt ihr sie wieder durch. Wenn ihr das jetzt festzieht, habt ihr einen doppelten Shotstick und zwei nicht gleich starke Leinen miteinander verbunden.